Ja, herzlich willkommen zur geblickten Lego-Unterhaltung. Hi. Immer noch schwitzig. Ja, wir machen die Session hier. Ja, so richtig. Heute bauen wir den Kampf der Tavra. Wie heißt das? Mit Gandalf und? Saruman. Tam, tam, tam. Und Gandalf verliert diesen Kampf. Das habe ich gespoilert. Aber wir haben schon so viel über Herr der Dingle gesprochen. Doch, der braucht die Filme gar nicht mehr. Doch, die Filme muss man sehen. Ja, natürlich muss man die Filme sehen. So. Ist da alles raus? Das Hegling? Ja. Ich lese das direkt, da muss die Filme nehmen, ja? Die Beschreibung wäre auch noch gut. So, dann hole ich euch mal dazu, damit ihr einen drüberblickt habt, wie wir das, was wir hier tun. Ja, ich baue den entsprechend schon mal Saruman. Guck mal, hier willst du euch erklärt, du, Tukatjärn. Erinnerst du dich, dass wir darüber gesprochen haben, ob wir Steine vorsortieren oder nicht? Ja. Das muss ich den Leuten kurz zeigen, oder was nicht? Es wird von Lego sogar empfohlen. Also wir spielen Lego gegen die Empfehlung von Lego. Und das ist auch gut. Ich zarte dir das doch nicht vor. Nein. Das gehört doch dazu, das Wühlen, das macht doch Spaß. Das macht doch richtig Spaß. Ja, mäh, da da. Vor allem macht es immer Spaß, wenn man die Steine nicht findet. Ja, und sich dann ärgert. Ja. Wo ist er, wo ist er? Vor allem, wenn sie direkt vor der Nase liegen. Das muss so sein. Ähm, ja. Ich habe einen Bart. Das finde ich auch die Haare. Da sind die Haare. Hast du auch den Umhang? Der hat doch keinen Umhang. Ach nee, der hat ja keinen Umhang. Ich habe mir extra die Figur ausgesucht, die keinen Umfang. Äh, Umhang. Nicht Umfang. Ich habe auch das Profilwerkzeug reingemacht. Nein, das Profilwerkzeug. Das darf nicht fehlen. Ja, darf schon. Aber wenn es schon mal da ist. Nee, das darf nicht fehlen. Man muss es ja nicht forcieren, ne? Aber wieder schönes, schönes, schönes Extrasteinchen. Ja, da wird auch dieses Extrasteinchen, ja. Das ist einmalig. Das habe ich gesucht, danke. Natürlich, was hast du sonst besucht? Ich werde mal nach vorne. Ja, also dieser Kampf findet statt, als Gandalf ja sagt, ich muss noch mal zu meinen Vorgesetzten. Vorgesetzten? Ja. Darum ist ja Gandalf vorgesetzt. Okay. Wie gesagt, das ist lange her bei mir. Ja, bei mir eigentlich auch, aber ich kenne die Filme halt auch. Du hast die Bücher gelesen auch? Ja, richtig. Also dann verirrlichte ich das sowieso anders. Aber die Filme habe ich halt so oft gesehen, dass ich die schon fast im Schlaf spreche. Oh Gott. Die werden auch nie langweilig für mich, ich weiß auch nicht. Ach, sollte jeder sein. Ich gucke das für andere Sachen 50 Mal im Jahr. Ja, auch okay. Ja, richtig. Das 50 Mal so. Ja, letztens habe ich die mit Sabrina gekauft, also von daher. Ja. Schöne Größe, wenn sie es gucken sollte. Die werden unsere Leutchen jetzt nicht kennen. Unsere Abonnenten und fleißigen Zuschauer kennen keine Sabrina. Nee, richtig. Das ist auch... Trotzdem Größe. Ja, erwähnenswert. Okay, kann man machen. Da hat jeder wieder zu seinen Einstellungen. Ich will aber nicht genannt werden. Schade. Wir brauchen den Nachnamen ja nicht nennen. Ja. Den ich sowieso nicht kenne. Nee, den kannst du nicht. Nein. Den habe ich jetzt auch nicht. Das war mal ein ganz wichtiger Stand für mich, dieses Rädchen. Da habe ich mal ein Idearo mitgebaut damals. Aha. Wow, ein bisschen mehr Begeisterung. Könntest du ruhig mal zeigen, Mann. Ja. Yay. Es war ein Karussell. Ein Themenkarussell. So. Wie er noch schon sagt. Der Schlapp ist hier reingeführt. Zack. Toll ist auch immer diese Zeichnung, wie groß der Schlapp sein muss. Ja, das war früher nicht so. Ja, da musste man raten. Häufig ging es schief. Gerade bei Lego Technik auch. Ja, gerade bei Lego Technik. Da hatte man ja viel mit diesen Stäppen. Oder hat man heute noch viel mit diesen Stäppen. Um zu tun. Aber da hat Lego nachgedacht und sich überlegt. Hey, warum nicht mal 1 zu 1 Kopie aufs Papier bringen. Manchmal, also was wir so festgestellt haben. Die Farbabweichungen sind manchmal schwer rauszulesen. Aber das ist vielleicht auch an unserem Licht. Weil wir versuchen ja ein Lichtverhältnis zu schaffen. Dass wir zwischendurch nicht nochmal Farbkoloration ändern müssen. Dass wir einmal die Farbe korrigieren. Dann ist aber auch gut. Weil sonst bleibt man dran, dass alles ziemlich gut ist. Es ist vielleicht in einem oder anderen Film auch schon aufgefallen, dass da mal die Lampe angegangen ist. Und dann wird es heller oder runter. Das habe ich jetzt nicht rausgenommen. Das ist dann halt so. Warum auch? Ja, wir sind zwar gut, aber man kann es auch übertreiben. Wir sind ja hier, um Lego zu bauen. Video-Editing, da muss man es machen. Ja, im Spielfilm kommt das nicht so gut. Obwohl es mir da auch einmal passiert ist. Aber das konnte ich nicht nochmal drehen. Also habe ich es auch drin gelassen. Da habe ich festgestellt, dass meine Kamera eine sogenannte Gegenlichtfunktion hat. Das heißt, wenn jetzt die Sonne scheinen würde, was sie nicht tut. Ich meine, sie scheint schon, aber sie wird nicht heller. Im Gegenteil, es wird dunkler. Wenn jetzt so viel Gegenlicht käme, dann würde die Blende zumachen. Und dann wird das Bild natürlich automatisch dunkler. Das kann man ausschalten. Dann muss man es halt nachkorrigieren. Aber es ist halt ein Effekt, den ich lieber nachkorrigiere, weil es mir sonst das Bild kaputt macht. Ja, verstehe ich. Das heißt, es ist auf einmal stockfinster. Und ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, Lichtschein ist halt in den Sensor gekommen. Und dann sagt die Kamera, das ist mir zu viel Licht. Man kann es geworgen. Für Konzerte oder so ist das bestimmt nicht schlecht. Für Konzerte ist es glaube ich nicht schlecht. Aber wenn man wirklich was filmt und die Kamera starr und stumm da steht, dann korrigiere ich das lieber im Nachhinein, wenn es überhaupt notwendig ist. In den meisten Fällen, ich habe das jetzt noch nicht erlebt, dass es notwendig gewesen wäre. Aber gut, dafür ist die Funktion da, auch irgendwie nutzen zu können. Wenn man es denn möchte. Ich baue auch mal ein bisschen mit, ja. Ja, aber dann auch wenn. Wenn dann richtig. Ich wusste es. Irgendwas stimmt doch dann. Ich verflucht. Direkt wieder ins Fitnäpchen. Mann ey. Ja, der Wille war da. Herr Willhelm. Boah, okay. Der Willhelm war da. Ich habe übrigens von einer Arbeitskollegin einen USB-Stick bekommen, wo lauter tolle Sachen draus sind, die wir mal angucken sollten. Okay. Mhm. Mir sagte das erstmal alles nichts. Aber mein Gott, man lässt sich ja gerne mal inspirieren. Auf jeden Fall. Warum nicht? Ist das hier richtig? Ne. Was ist denn das für ein Stab? Hast du den richtig? Ach, da bist du schon. Ne, dann will ich das auch nicht haben. Ne, komm. Ja, genau. So, der kommt ja hier. Und dann kommt das hier rein. Das kommt da rein. Dann kann man das drehen und dann dreht sich das vorne. Technik, wie guter ist das? Ich hatte früher Lego-Technik. Ah, nee. Ist das der hier? Ja, aber da kommt diese Bumpe noch drunter. Aber das ist nicht das Auge, oder? Das ist nicht das Auge, sondern, wie heißt das? Ich habe einen Namen, dieser Stein, den sie da haben. Das sieht cool aus. Entschuldige mich, bitte. Das ist interessant. Und das dreht sich dann. Ach, dann musst du die weiße Haube nicht drehen. Sieht doch trotzdem cool aus. Klar, aber das ist gut. Das sieht jetzt nicht mehr cool aus. Ich habe zerstört. Ja, wie hieß das jetzt? Der Stein. Ich komme jetzt nicht. Stein der Weisen. Nein, 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 nein. Der konnte doch bestimmt... Ja, okay, hast du schon. Doch, das ist bestimmt der Stein der Weisen. Dann kam Harry Potter und hat alles kaputt gemacht. Weil er meinte, mit seinem Zauberstab rumfrutteln zu müssen. Und Hermine hat das dann alles wieder gerichtet, weil die kann ja deutlich besser zaubern, Hexen. Beim Mädel sagt man ihnen immer Hexen. Palantir. Das siehst du, muss nur du ersprich. Da hat er eben darum gesagt, er hat was gesehen. Und dann hat er gefragt, woher. Und dann hat er gesagt, Palantir, da weiß niemand, wer noch zusehen kann. Und dann schmeißt er dieses Tuch rüber und dann sieht er das Auge. Also kurz aufleuchten. Und dann sagt Saruman eben, ja, wir sollten uns den anschließen. Und ja, das will natürlich Gandalf nicht. Tja, was Gandalf nicht immer will oder alle nicht will. Ja, und dann kämpfen wir gegeneinander, ne? So. Was Gandalf dann, wie du schon sagst, verliert. Und dann hoch oben. Er stürzt auch runter, ne? Er stürzt hoch zum Turm. Er stürzt hoch? Zum Turm, ja. Wieso stürzt er dann hoch? Er wird ja hochgeschleudert mit da. Ach so. Und dann ist er ganz oben und schickt dann diese Motte los, die dann den Adler holt. Und der Adler rettet ihn dann, ne? Wieder Riesen-Adler. Da gibt's, entschuldige, jetzt diesen Sprung. Wer mal irgendwas, die Kängurukronik oder derweil in einer dieser Bücher, da gab's auch so eine Szene von wegen, ähm, die Filme immer wieder gerettet werden und dann tauchen irgendwelche Riesen-Adler auf. Entschuldige, das rasch an, aber da fehlt ein Stein. Scheiße. Ach klar, das hast du. Ja, ich bin doch schon. Was denn? Da musst du aber aufpassen, was hier läuft. Wo bist du mit deinem Kopf, ey? Liegt vielleicht am Wetter. Welches Wetter? Hast du Wetter? Habt ihr Wetter? Wenn ihr Wetter habt, müsst ihr alles rausrücken. Sag ich euch. Weißt du, das ist so scheiße heiß, ey. Immer noch. Dabei haben wir gleich 8 Uhr. Ja, wir machen eine Bausession heute Abend. Es könnte aber nicht sein, dass noch Gewitter kommt, also wenn's knallt, wundert euch nicht. Wobei, mich würde's freuen, wenn's Gewitter wird, wenn's ein bisschen kühler. Ja, also ich würde mich auch freuen, wenn's Gewitter hat. Wahrscheinlich wird's dann erst richtig stöhnen. Dein Mann, wir haben noch nichts gegessen. Machen wir erst mal fertig. Ja, machen wir, wie immer am Ende. So, jetzt können wir zweimal bauen. Also, du, alles bauen wieder. Ich hab auch schon alles vorbereitet, ist alles da. Da muss man ein bisschen Kraft aufwenden, also... Ach, Quatsch, du machst das nicht von der Tür. Zack. Die Decke drauf. Licht drauf. Kannst du was an die Tür, ist dieser eine... Nee, kann auch gar nicht, ne? Ein bisschen braun ist. Doch, der ist unten, kann das sein. Nee, da bleibt auch ein bisschen braun ist. Doch, da, das ist doch gut aufwenden. Ja, Mini. Ja, also bitte. Mini Stück, ja. Nichts Mini, das ist Maxi. Aber die volle Kanne. Bums. Das sieht fertig aus, mein Freund. Das ist fertig, ja. Wo ist der? Ja, das zeig ich. Ja, genau. Da kann man... Bitte. Das kann ich jetzt den ganzen Abend machen. Du wirst müde und schlecht. Ja, du kannst ja Gandalf paralysieren. Gandalf, du bist jetzt ein Huhn. Du bist ein Huhn. Okay. Ja, das war schon das Set. Jetzt muss ich nur mit dem... Meine Hände sind so fast schwitzt, dass ich nicht mal das... Ja, kann ich verstellen. ...bedienen kann hier. So, jo, cool. Ja, vielen Dank wieder fürs Zuschauen. Yes. Einmal noch. Okay. Das war das Schlusssignal für heute. Alles klar, macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.